Es nützt wenig, wenn man innerbetrieblich schaut, dass alles optimal läuft, wenn man dann nicht in der Lage ist, dies auch nach außen zu kommunizieren. Warum MKC? Nichts ist überzeugender wie Erfolg. 20 Millionen verkaufte Produkte in 26 Länder. Diese imponierenden Zahlen motivierten mich, Kontakt mit Michel Gröll-Carrère und seinem wunderbaren Team aufzunehmen. Michel Gröll-Carrère hat einen Namen in der Branche, der uns auch nicht verborgen blieb, als es darum ging, eine Lösung zu finden, wie wir unser Unternehmen nach außen sichtbar machen. Zwei Kardinalfehler vieler Unternehmer ist es, dass sie entweder die Videos mit einem iPhone machen oder selbst nicht vor die Kamera treten und das Unternehmen somit gesichtslos bleibt. Michel Gröll-Carrère legt wahnsinnig viel Wert darauf, dass der Unternehmer selbst in Aktion tritt und wird so lange gecoacht, bis er wirklich toll rüberkommt. Im Nachhinein gesehen war es eine der besten Unternehmensentscheidungen, dass wir eine Kooperation mit diesem großartigen Herrn und seinem tollen Team in Angriff genommen haben. Der Mehrwert für Unternehmen durch ein professionelles Imagevideo liegt auf der Hand. Es geht immer um Vertrauen, es geht immer um Kompetenz und es geht immer um Professionalität. Diese drei Werte gilt es auch visuell einzufangen und zu kommunizieren. Auch dafür und gerade deswegen können wir als Green Finance AG die MKC wärmstens empfehlen.